Die BlackBerry Playbook Das Tablet kann flash Es hat vorne eine 3 Megapixel Kamera und hinten eine 5 Megapixel Kamera Die Auflösung vom Display beträgt 1024 x 600 Und falls ihr Fragen zu diesem Tablet habt, hinterlasst einfach einen Kommentar in diesem Video Und ich versuche es in meinem nächsten Video oder bereits hier zu beantworten Und falls ihr das Gerät kaufen möchtet, es ist in Deutschland schon verfügbar Und ich habe in die Videobeschreibung einen Link eingefügt, wo ihr das Gerät dann einfach kaufen könnt Also schaut in der Videobeschreibung vorbei Abonniert auf jeden Fall meinen YouTube Channel Und besucht meine Website newgadgets.de für die neuesten Gadgets Vielen Dank fürs Zuschauen